so neue runde neues glück wir hatten ja als letztes die küche hinter uns gebracht mit den zwei ranzküchen diese steuerung diese steuerung ok bleiben bleiben wir auf dem rohr und mann ich will immer noch so gerne wissen wo wir uns hier befinden kommt da die ist das sonne oder ist das künstliches licht wo wir kommen wir raus ne oder kommen wir und bleibt im rohr Komm, hoch da. Wer ist unser nächster? Was heißt Gegner, aber vermöglicher Verfolger? Oh, wir sind draußen. Wer wandert? Hä? Ah, okay. Das war doch ein Schiff. Ah, kommen wir jetzt zum nächsten? Na, okay, wir versuchen es. Ah, ich schätze mal eher hoch. Das sieht aus wie ein kleiner Cruder. Aber das hier, das müsste ich einen mächtigen Tiefgang haben. Guck mal da, wir sind da unten auch irgendwie festgemacht. Ist das irgendwie so eine Station mitten auf dem Wasser? Ist das jetzt auch eine Glocke oder so? Okay, da ist eine Möwe zumindest. Also kann theoretisch nicht weit weg sein. Möwe nehme ich doch mit, bitte. Ah, Möwe. Jetzt wieder balancieren. Okay, das sind alles solche Ranz, Leute. Also, eher so die Ranz. Warum wieder rein und wieder nach unten? Come on. Komm schon, Six. Ich könnte endlich eine Erfahrung bringen, wer wir sind. Halt. Äh, Google. Ja. Habe ich uns übrigens. Ja. Okay. Was passiert mit den ganzen Leuten hier? Jetzt wird eine Maske oder um es... Oh! Äh. Davon kennen wir nur die kleinen Porzellan-Vergische-Figuren von ihr. Gott, ist sie etwa die Böse? Naja, zum Glück haben wir die Figuren immer kaputt geworfen. Okay, ich habe mit dem Wahn. Ah, nein! Ich will springen. Okay, jetzt sieht alles hier sehr asiatisch angehaucht aus. Diese Papierschiebetüren. Fisch, Pasteten. Ich gehe mal lieber einen Schatten lang. Oh Gott, das ist das große Fressen da gerade im Hintergrund. Ich habe doch aber auch Hunger. Wenn ich hier ein paar Krümel mitlau'n... Nö. Kann ich dem das Essen irgendwie versauen? Wahrscheinlich nicht. Gibt es nicht Hunger? Wir schleichen lieber. Wir werden hier gemästet, ey. Suchtanstalt für Randsleiter. Gott, ey. Na okay. Lieber nicht beim Essen stören. Also können wir irgendwie ja... Hm, ein bisschen... Nicht um mich um mich. Ja. Keine Ahnung. Ich darf klettern. Hey, hä? Oh Gott, der frisst mich einfach. Okay, einfach sprinten, I guess. Oder muss ich die Flasche festhalten? Ja, ja, hier kommst du nicht hoch, ha, Fettsack? Oh doch, Fettsack kommt hoch. Oh, ich muss auf den Tisch. Oh, war das knapp. Komm, ach, oh, was ist da? Muss ich an die Flasche? Hä? Oder muss ich nicht an der Wurst langen? No, anscheinend nicht. Ich sag mir, das ist hier das große Fressen. Hier liegen die Würste rum. Ekelhaft, ekelhaft. Tja, und nun? Scheiße. Okay. Ja. Halt dich doch fest Oh Mann, das wird doch so ein endloses Versuch hier Kommt hier rein? Ist äh Hey, wieso hältst du dich nicht fest? Mann, ey 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 Mann, äh 4-Haites, oder? Ja, den her. Don't do it. ich muss den gleich ganz hinten hinschieben jetzt ach komm Jetzt halte ich... Na, endlich. Jetzt werde ich wahrscheinlich viel Lärm machen... Diese Steuerraum... Hier. 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 Ja, nice. Ist klar. Und jetzt wahrscheinlich alles nochmal von vorn. Es ist so kurz, ne? Na ja. Es ist so kurz, ne? 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 Und wieder alles? Oh! Neuer Safepoint! Es ist so kurz, ne? 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 Und slide, ne? Ja, ne? Ja, fett Griffelhand kommt nicht durch. Es ist so kurz, ne? Es kommt jemand hoch? Oder runter? Es ist so kurz, ne? 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 Wie komme ich an die Figur draußen? Oh, kann ich den Spiegel einwerfen? Oh, lass das jetzt bitte nicht so ein Spiegel sein, wo man von dort hinein gucken kann. Das ist ja widerlich hier mit der Toilette. Okay, jetzt wieder schön balancieren. Na ja, mir hebt die Nase. Was? Jetzt komme ich hier nicht hoch? Ah, jetzt kann ich aber in den Fahrstuhl. Okay. Oh, er schläft mit der Hand in einem Eimer. Hoffentlich pisst er sich ein. Mäppelt sie. Okay. 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 Geräusche hier klingen sehr falsch. Richtig kranker Scheiße. Okay. Okay. Das habe ich nicht gesehen. Okay. 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 Oh, ich wollte hochklettern. Scheiße. Okay. 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 Ich muss leiden. Ja ich leide lieber. ganz laut leute nicht gegen die wand geil gemacht und viel zu früh gesprungen ich kotze ins essen junge vor allem bei denen ins essen scheiße ach So, jetzt komm. Du schaffst das. Juhu. Okay. 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 Okay.